Ja, hallo und willkommen hier zur vierten Folge Supremacy 1914 auf der 500er Karte mit Venezuela. Und wir haben Tag Nummer 5 und wir stehen auf Platz 4 mit 13 Siegpunkten. Ja, ihr seht's, wir sind im Krieg, wir sind auch mit ziemlich vielen im Krieg. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben heute früh den Angriff auf den Westamazonas gestartet und daraufhin ist Kolumbien in die Koalition eingetreten von denen, hat uns ebenfalls den Krieg erklärt, hat auch nicht die ausgehandelte Wartezeit, was Angriffe nach dem NAP angeht, eingehalten. Daraufhin haben wir natürlich selber gleich den Krieg erklärt. Und ich habe in der Nacht jetzt eine kleine Mission gestartet und die scheint auch zu glücken. Und zwar ein Panzerwagen von uns steht jetzt kurz vor der Hauptstadt, braucht jetzt noch 18 Minuten und es gibt keine Möglichkeit mehr den Aufzuhalten. Von daher bin ich guter Dinge, dass Nordkolumbien bald Geschichte sein wird. Eine sehr gute Sache, das wird die Moral auf jeden Fall hier überall senken in den Gebieten, wird sie schwächen und ich glaube auch, es wird keine Möglichkeit für sie mehr geben, nachzukommen. Ja, dann natürlich möchte ich transparent sein, deswegen teile ich euch das auch gleich mit. Und es gab auch einen kleinen Goldmark-Einsatz auf unserer Seite. Wir haben all unsere Ressourcen jetzt quasi in Einheiten umgewandelt, deswegen hier unten oben auch eine recht spärliche Anzahl an Ressourcen, kein Geld mehr, alles umgewandelt. Ich habe viel, ich sage jetzt mal, versucht das so effektiv wie möglich einzusetzen. Grund war, das ist gerade von dem West-Amazoners, einen massiven Spam an Goldmark gab. Also hier die Festung ist jetzt mittlerweile wieder runtergebombt durch unseren Angriff. War auf Level 3, von jetzt auf gleich, die Moral der Provinz war auf 100%, die Moral der Truppen war hoch. Also es war wirklich ein massiver Einsatz an Goldmark, den haben wir dann gekontert. Ich habe ungefähr, naja, so 20.000 Goldmark verwendet, habe uns damit ein paar Panzerwagen gebaut, die wir jetzt natürlich zur Defensive und auch zur Offensive nutzen. Genau, also ich habe versucht so ungefähr abzuschätzen von der Einheitenstärke, von wie viel braucht man, um so ungefähr auf einen Wert zu kommen und habe dann so ungefähr das gleiche gekontert. Wie gesagt, ungefähr 20.000 Goldmark. Wir haben die natürlich nur genutzt, um Einheiten zu beschleunigen. Das ist das, was ich am effektivsten finde. Ressourcenkauf ist meistens eine teure Angelegenheit, macht nicht so viel Sinn. Und von daher fand ich, war das doch die bessere Möglichkeit. Und genau, jetzt ist der Plan, dass wir uns hier dann nur schnell die Hauptstadt schnappen. Ich werde mich dann wahrscheinlich mit dem Panzerwagen auch wieder zurückziehen. Wir werden dann mit Nicaragua, wahrscheinlich schon wieder falsch ausgesprochen, vielleicht nochmal schreiben. Es war nämlich eigentlich zugesichert, dass die komplett Kolumbien haben können. Ich werde mit denen schreiben, ob die jetzt auf die zwei Provinzen hier oben bestehen. Wenn sie das tun, ist das okay. Das war so abgesprochen. Ich habe dann nur meine Chance jetzt gesehen. Von daher der Angriff. Wenn die darauf bestehen, dann können wir das natürlich zurücktraden. Das ist gar kein Problem. Ich halte mich da an die Absprachen, die hier getroffen wurden. Und genau, wie lange ist denn jetzt hier noch? 60 Minuten? Na, noch nicht ganz. Genau, das ist jetzt der Punkt. Und der Plan sieht jetzt erstmal vor, dass wir hier versuchen, jetzt so viel Schaden wie möglich, so schnell wie möglich anzurichten. Halt schnellstmöglich die ganzen Einheiten zerstören. Hier kommt von Peru schon einiges an. Es wird bestimmt von Süd-Piru auch noch einiges ankommen. Ich werde da versuchen, so schnell wie möglich die Einheiten zu zerstören. Ich bin auch am Überlegen, hier die KI anzugreifen. Wobei ich da glaube, das ist keine gute... Oh, der ist wieder da, der Spieler. Oh, der Spieler ist wieder da. Okay. Das ändert jetzt natürlich alles. Dann müssen wir jetzt mal gucken. Dann machen wir hier den Angriff aber trotzdem erstmal. Wir werden hier die Einheiten aber abziehen. Die sollen mal hier runterkommen. Hier baue ich glaube ich schon ein Festung. Genau, das ist gut. Hier baut sich auch eine Festung. Hier ist noch eine, genau eine Stufe 2 Festung. Die drehen um. Okay, dann drehen wir mit denen auch erstmal wieder um. Okay, das ändert jetzt alles. Dann brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal 2, die wir da hinschicken. Und dann werden wir hier mal gucken. Weil wenn der jetzt wieder da ist, dann sollte der ja seine 80.000 Truppen noch haben. Weil die haben ja noch, glaube ich, nichts eingenommen. Na 9, naja gut, in der Provinz. Aber das wird noch kein großer Verlust gewesen sein. Ah, das ändert jetzt natürlich alles. Das ist jetzt natürlich ungünstig. Ich hatte gehofft, dass der auf Kabel bleibt. Dann kämpfen wir jetzt wirklich gegen eine komplette Allianz. Das könnte spannend werden. Ja, in der Zeitung ist hier auch ein bisschen was los. Naja gut. Kolumbien lässt sich da so ein bisschen aus. Von wegen Grenzen überschritten und bla bla bla. Ja, ein bisschen Rollplay könnte man gerne machen. Das ist jetzt nicht so meins. Ähm, muss er selber wissen. Ähm, okay, dann müssen wir jetzt auf jeden Fall gucken. Der Plan bleibt aber. Ich würde trotzdem weiter hier lang vorstoßen. Würde dann wahrscheinlich hier ungefähr so halt machen. Hier sind zwei Provinzen. Die wir dann erstmal, ähm, safen können. Der Vorteil natürlich jetzt dadurch, dass die Truppen auf fremdem Gebiet sind. Die sind alle nicht gut moralisiert. Zumindest der Großteil. Äh, ich habe natürlich vor Tageswechseln, habe ich hier noch schnell ein paar Spione reingesetzt gehabt. Aber die Moral ist wirklich nicht gut. Guck mal, die ganzen Einheiten sind immer noch schwächer als unser großer, genau. Also wäre es vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, wir ziehen uns hier erstmal zurück und greifen hier voll an, weil der scheint ja hier seine Einheiten zu sammeln. Wie lange brauchen der bis dahin? Ja, dass das einen Krieg auslöst, ist mir klar. Fünf Stunden. Wenn ich das heute Nacht mache, bis dahin habt ihr hier natürlich alles zusammengezogen. Das ist aber prinzipiell ja erstmal egal. Weil wir sind stärker. Wenn die hier noch dazukommen, haben wir, haben die hier eine Kampfkraft von, von 1300 und einem Angriff. Na gut, das sehen wir erst, wenn sie wieder zusammen sind. Huh, das könnte, oh, das könnte auf jeden Fall spannend werden. Also hier eine komplette Koalition, äh, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, mal gucken, wie sich jetzt hier Kolumbien positionieren wird. Also, da bin ich noch sehr gespannt und hat, klappt das jetzt hier um? Immer noch nicht. Äh, eigentlich ist doch der Sprung noch bis 20 Minuten. Tanzerwagen könnte, glaube ich, 10 Minuten sein. Ähm, genau. Also, der Plan steht, wir werden jetzt hier Kolumbien, äh, Quatsch, nicht Kolumbien, äh, Amazonas einnehmen. Ich werde versuchen, hier ungefähr halt zu machen. Mal gucken, ob ich in der Nacht hier den Angriff auf, äh, Javarete, Javarete, ähm, ja, wahrscheinlich, also, was Namen angeht, von Amerika und so, bitte, lacht mich nicht aus. Äh, das ist überhaupt nicht meine Stärke. Ähm, genau. Den Angriff starten. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob das Sinn macht. Ähm, könnte eventuell, ich vermute fast, dass der jetzt hier seine Truppen sammeln wird. Ich werde mal hier an die Grenze gehen, um einen besseren Blick zu bekommen. Die Frage ist, was hier kommt und die Frage wird dann auch sein, was vom Süden her kommt. Naja, gut, äh, müssen wir mal gucken. Haben wir jetzt leider keine Möglichkeit mehr, das auch rauszufinden. Der Tageswechsel ist rum. Äh, müssen wir einfach mal gucken. Ja, genau. Ähm, dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen, sobald es wieder neue, äh, Sachen gibt, werde ich euch darüber natürlich informieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.